10 Tipps zu Vorsorge-Apps Hallo, herzlich willkommen. Das ist der Christian von easyschool.ca Schön bist du heute wieder dabei. Abonniere unseren Kanal auf den Link, der aufpoppt und du bist immer up-to-date rund ums Thema Versicherungen, Steuern und Finanzen. Heute geht es um das Thema Vorsorge-Apps. Dabei ist die, wo man 3a Geld anlegen kann oder auch Freizügigkeitsgeld von der Pensionskasse beispielsweise. Fangen wir an mit den 10 wichtigsten Tipps. Nummer 1. Was sind denn überhaupt sogenannte Vorsorge-Apps? Wie der Name schon sagt, Apps kann man runterladen auf seinem Handy beispielsweise oder dann gibt es auch noch solche Web-Apps auf einer Desktop-Version, also eine Webseite, die wie eine App ausschaut, wo man entsprechend sein Geld anlegen kann. Das ist eigentlich nichts anderes als ein digitaler Anbieter von klassischen Vorsorge-Fonds. In den Bereichen 3a oder Freizügigkeit, wie schon angesprochen. Und die investieren in der Regel in sogenannte Fonds. Das können aber auch Intif sein oder Index-Fonds. Oder man kann auch seine eigenen Strategien mit verschiedenen Fonds zusammenwürfen. Punkt 2. Wie funktioniert denn überhaupt so eine App? Relativ simpel runterladen, registrieren. Dann kommt in der Regel ein bisschen ein Fragebogen, wo du gefragt wirst, wie du gerne das Geld anlegen möchtest. Aufgrund von dessen wird dir dann eine Anlagestrategie vorgeschlagen. Die kannst du dann annehmen oder ausschauen oder etwas Eigenes machen. Und schon hast du deine Strategie gewählt. Das Einzige, was du jetzt noch machen musst, ist entweder in der 3a Geld einzahlen oder dein Geld auf das Freizügigkeitskonto über meist. Punkt Nummer 3. Was gibt es denn sonst noch für Funktionen bei der App? Logischerweise hat so eine App den Vorteil, dass man die Anlagestrategie definieren kann. Man kann sie aber auch wieder ändern. Man kann sehr bequem Geld einzahlen auf die Säule 3a, direkt auf entsprechend deine App oder dein Code, das du dort hast. Man kann dafür die Steuern, das finde ich einen riesen Benefit, direkt den Auszug dort sich downloaden. Ausdrucken, wer das wählt beispielsweise, muss nicht noch alles suchen. Und natürlich der letzte Punkt, nicht zu fragen, du weisst immer ganz genau ein bisschen die Wertentwicklung. Wie schaut das aus? Hat das Geld vermehrt? Ist es gleich oder ist es sehr wenig? Das ist sicherlich ein Vorteil von so einer Vorsorge-App. Punkt Nummer 4. Bieten solche Vorsorge-Apps auch Beratungen an? Tendenziell eher wenige. Es gibt einige, die bieten das an. Aber in den meisten Fällen kann man nur via Check beispielsweise oder Televon Fragen stellen. Das heisst, eine persönliche Analyse fehlt. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Negativ-Thema bei diesen Vorsorge-Apps, weil ich denke, das muss man schon ein bisschen sich darüber Gedanken machen, die ganze Situation anschauen, zum Beispiel eine Vorsorge-Analyse machen. Das ist ein Thema, das du sehr gerne mit uns besprechen könntest. Und wir beraten dich da zu sehr gerne. Punkt Nummer 5. Wie viel muss oder kann ich investieren? In der Regel kannst du ab einem Franken anfangen. Bei gewissen Anbietern ist es ab 100 Franken. Und natürlich dann einfach bei der SORE 3a einfach bis zum Maximalbetrag, der aktuell gerade drin ist, pro Jahr einzahlen. Welche Kosten können dann anfallen bei einer Vorsorge-Apps? Sicherlich ein wichtiger Punkt. Es gibt aber vielleicht auch zwei Zahlen, die ich ein bisschen hervorheben möchte. Im Grundsatz ist die Pauschalgebühr und die Produkte-Kosten, die man anschauen muss. Und dann natürlich, je nach Anbieter, gibt es dann noch verschiedene weitere Kosten, die ich begutachten würde, wie Transaktionskosten, die Börsenabgaben, Währungskosten und so weiter und so fort. Vergesst einfach nicht, sobald ihr nicht in CAF investiert, sind Währungskosten zum Beispiel die Anfall. Also das würde man einfach dann noch entsprechend vergleichen. Bei Pauschalgebühren sind in der Regel die Prokosten allgemeine Verordnungskosten enthalten. Jedoch keine sogenannten Produktekosten, wie nach Therien, auch das Beispiel. Aber einfach, dass ihr das im Hinterkopf hält. Punkt Nummer 7. Frage 10 zu der Wertschriftenlösung. Die meisten bieten eine Wertschriftenlösung an. Und irgendeinem Geld eben, wie auch im Spruch im Fonds angibt, aber auch Zinslösung. Die Entscheidung liegt hier ein bisschen bei dir, wie konservativ oder aktiv du entsprechend halt anlegen bist. Punkt Nummer 8. Was ist der Unterschied dann zu einem klassischen Vorsorgefonds gegenüber einer Vorsorge-App? Im Grundsatz natürlich immer die Technologie. Du hast eine App, du kannst es dort überverwandten grundsätzlich. Klassische Vorsorgefonds haben aber eine sogenannte ISN-Nummer. Die werden an der Böse gehandelt. Die haben auch einen sogenannten Leiter, der zuständig ist für diesen Fonds und ist entsprechend dann für das zuständig. Und du hast nicht so viel, ich spiele dann wie bei der App oder bist jetzt nicht so schnell wie bei einer App. Im Grundsatz, das ist so ein bisschen der Unterschied zur Vorsorge-App. Punkt Nummer 9. Wie sicher sieht, wenn es sowieso auf Vorsorge-Apps? Grundsatz. Die Digital-Vorsorge-Lösung geht etwas verhältnismässig sicher. In der Regel ist ja immer noch eine Depobank im Spiel, die das dann hinterlegt, dass das eigentlich immer sehr safe läuft. Wichtig ist eigentlich auch noch grundsätzlich, dass Vorsorgefonds, das dem Zinskonto liegt und nicht auf den Wertschiff investiert ist, ist sogar noch das sogenannte Konkursprivileg, das geschützt ist bis zu einem Vermögen von 100'000 Schweizer. Franken pro Kunde und Bank. Punkt Nummer 10. In was investieren dann solche Vorsorge-Apps-Grundsätze oder was sind die Anlagen-Kurte gegen? Da kann man wieder werden, das ist einer der Vorteile, relativ simpel, es gibt Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe, Edelmetalle, alternative Anlagen und auch Cash, wo man anlegen kann. Das macht es von dem her gesehen auch noch ein bisschen interessant. Wie gesagt, damit spielen wir ein bisschen mehr vorsichtig, aber man kann entsprechend auch da zum Beispiel auch nachhaltig investieren, wenn das gewünscht ist. Zu guter Letzt mein Fazit, ich bin eigentlich ein Freund von Vorsorge-Apps. Wichtig ist aber, dass man, wenn man damit anfängt, die ganze Situation anschaut, mit einer Vorsorge-Analyse, dass man aber auch das Viertel, der ich grundsätzlich zumindest in der App anschaut, wie sich das Geld entsprechend entwickelt, muss sich vielleicht etwas ändern an meiner Strategie. Es ist also schon ein bisschen die Kunst dabei, das Ganze zu beobachten und einfach nicht nur denken, ich lasse es mal ja nie gerade schauen, was passiert. Ich glaube, das ist ein bisschen ein bisschen viel am Platz bei der Autorität vom Markt. Darum sage ich jetzt einmal so vor, so gäbe es jetzt nicht für alle Menschen, aber für die meisten macht es durchaus Sinn und ist eine gute Alternative vor Anbruchsthema 3A. Hast du jetzt noch Fragen oder was sind deine eigenen Erfahrungen, dann haut sie doch rein in die Commons. Würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, wie du es auch bist, seiesincho.ca Bis zum nächsten Mal. Dein Versicherungsguide, Christian. Darum.